Manchmal ist es einfach scheiße und dann hat man auf den ganzen Krempel keinen Bock mehr. Und so ging es mir heute Morgen. So bin ich heute Morgen aufgewacht. Aber ich muss ein bisschen vorspulen. Mir ging es gestern schon nicht so gut. Ich hatte eine richtig gute Woche und gestern habe ich dann schon in den ersten zwei Stunden, die ich wach war, sehr viele Emotionen durchmachen müssen. Und es wurde irgendwie im Laufe des Tages nicht besser. Und dann habe ich schon Kopfschmerzen bekommen, bin gestern Abend mit starken Kopfschmerzen ins Bett gegangen und bin heute mit Kopfschmerzen wieder aufgewacht. Und lag dann da und dachte, scheiße, ich brauche eigentlich eine Pause. Ich bin mal wieder an diesem Punkt, wo ich gerne einfach mal ein freies Wochenende hätte, wo ich geilen Scheiß esse, auf meiner Couch liege und mal spazieren gehe und sonst nichts mache. Und das vor allen Dingen allein tue. Und es geht einfach nicht. Und dann kommst du in diesen Gedankenkreisel von, wie unfair das ist und dass ich ja eigentlich nicht alleine damit sein müsste und so weiter und so fort. Und ich möchte jetzt hier in diesem Video erzählen, was ich in solchen Momenten mache. Weil diese Momente gibt es, diese Momente gibt es immer wieder. Erstmal bin ich dann aufgestanden, weil ich bin so ein Mensch, wenn ich da liegen bleibe in meinem Bett, wird es nicht besser mit meinen Gedanken. Dann habe ich mich um meine Kopfschmerzen gekümmert, die jetzt zum Glück so gut wie weg sind. Und ich habe mich um meine Gedanken gekümmert. Denn es bringt mir gar nichts, dieses hätte, wäre, könnte, würde derjenige sich mehr beteiligen. Wenn das so und so wäre, dann ist einfach nicht so. Meine Situation ist diese. Meine Situation ist, dass ich auch wieder dieses Wochenende mit meinen Kindern zusammen bin. Und eben nicht meine Bedürfnisse in dem Umfang stillen kann, wie ich mir das vielleicht wünschen würde. Das ist meine Situation. Die darf ich annehmen. Und ich darf loslassen, was vielleicht die geilere Option wäre, die ich einfach nicht habe. Punkt. Schon das macht es ein Stück weit besser. Und dann darf ich auch mit meinen Kindern in Dialog gehen. Das haben wir nämlich gemacht und sagen, wie ich mich fühle. Kindgerecht sagen, wie ich mich fühle, warum ich mich so fühle. Und dann darf ich mich fragen, okay, das ist die Situation, das sind die Gegebenheiten. Was brauche ich jetzt? Und ich brauche ganz dringend frische Luft. Was wir gleich als nächstes tun werden. Und ich rede immer so ganz viel von Routinen und von der Wichtigkeit der Routinen. Ja, ich brauche meine Routinen, weil meine Routinen mich davor bewahren, wieder einen depressiven Schub zu kriegen oder wieder ins Burnout abzurutschen. Ich brauche diese Routinen für mein tägliches Sein, um 70% meines Mama-Lebens in Leichtigkeit, in Freude und in Glück und Liebe verbringen zu können. Aber es gibt eben auch so Momente wie gestern und heute, wo einfach es sich aufgestaut hat und dann am Ende zu viel war. Ich war zwei Wochen lang der Entertainer meiner Kinder, neben allem anderen, was noch so anfällt. Dann hatte ich einfach, ich war so froh, diese Woche wieder arbeiten zu können und meinen Kram machen zu können. Und ich habe halt einfach sehr viel gemacht. Ich habe zu viel gemacht. Und dann hatte ich halt gestern dann so diesen Einbruch und das zog sich halt quasi heute in diesen Tag. Und diese Voraussicht auf, okay, ich habe jetzt zwei Tage, in denen ich nicht alleine bin, in denen ich andere Menschen bespaßen darf und einen Haushalt zu führen habe und alles machen muss, was halt eben noch so ansteht. Und ich kann mich eben nicht auf meine Couch legen und einen Film gucken. Es ist einfach nicht. Und damit muss man sich gedanklich auch auseinandersetzen und mit sich selbst manchmal ringen. Und es gibt einfach natürlich auch in meinem Leben diese Momente, wo es einfach scheiße ist. Wo ich auf diese Lebensumstände, die ich nun mal habe, keinen Bock habe, dem ich keinen Bock habe, alleinerziehend zu sein. Aber in 95% der Fälle liebe ich es sehr, alleinerziehend zu sein, meinen eigenen Krempel machen zu können. Aber manchmal ist es mir einfach zu viel. Manchmal hätte ich gerne mehr Zeit für mich und mehr Auszeiten. Und dann darf man das annehmen und loslassen, seine Gedankenhygiene betreiben und einfach weitermachen. Und deswegen mache ich jetzt einfach weiter und gehe jetzt raus spazieren, weil ich das jetzt brauche, weil das jetzt mein Bedürfnis ist. Und das wollte ich gerne an dieser Stelle einmal mit euch teilen, weil ich das schon lange nicht mehr geteilt habe, dass es eben ganz natürlich ist, dass es auch solche Momente gibt, dass euch keine Routinen der Welt vor solchen Momenten bewahren werden und dass sie dennoch sehr, sehr wichtig sind, dass wir sie machen, dass wir uns im normalen Alltag unsere wenigen Minuten am Tag Zeit für uns nehmen und dass es trotzdem nicht jedes Problem löst.